Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin Latrox von Gamiers.de und ich mache ein Solo-Q-Ranket und natürlich gleich mit dem neuen Udyr-Skin, denn Geisterwächter-Udyr-Skin, das ist ein Legendary und der ist richtig cool gemacht. Und das ist mein erstes richtiges Game mit ihm. Also überhaupt Udyr habe ich bis jetzt davor nur ein Podgame gemacht und das einfach nur zum Fähigkeiten angucken. Und das war nicht mal ein richtiges Game, sondern das war Kristallnarbe für ein paar Minuten, nur so zum Probieren. Und jetzt gleich ein richtiges im Jungle und ja, ich glaube oder ich hoffe, das wird gut gehen. Mal sehen, das wird sich noch zeigen. Aber ich finde, den Skin haben sie richtig schön gemacht. Ich finde es zwar schade, dass das ein Udyr-Legendary geworden ist und nicht irgendein anderer, aber ich glaube, bei dem hat man am meisten herausholen können, würde ich mal so sagen. Mit seinen verschiedenen Gestalten oder zu seinen verschiedenen Aspekten oder wie man es nennen will, kann man schon viel rausholen. Ja, der Master Yi dauert noch ein bisschen. Ich mache kurz einen Sprung. Und wir sind in-game. Alter, der Master Yi hat jetzt schon eine Weile gedauert, eine Weile gebraucht, bis er fertig war. Ich glaube, der hat einen Disconnect. So, ich glaube, am besten fange ich mit Q an. Und dann W, E. Und dann die so hin und her, ich weiß nicht, R. Wie wichtig das ist. Mann, Mann, Mann. Könnt ihr gespannt sein, wie ich mit ihm spiele. Aber er ist ja, eigentlich soll er stark sein und er ist auch nicht so schlecht als Jungle. Ich weiß nicht, ob er als Jungle oder als Top-Champion besser ist. Aber ich denke, ich spiele lieber im Jungle. Da ist es ein bisschen sicherer. Für das, dass ich ihn das erste Mal richtig spiele. Weil eigentlich in Udia habe ich ja schon lange. Ich habe mir ja die ganzen Champions schon gekauft. gekauft, aber viele Champions habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt, obwohl ich sie schon ewig habe. Was ist denn noch so ein Champion, der ich noch nie gespielt habe? Den ich habe. Ich glaube... Puh. Ich weiß jetzt gar nicht. Die Vasallen sind erschienen. Lol. War das gerade Ur? Greifen, während eine Wüte fahren, während Tiger nicht zu leuchten, Orange. Hier würde einen Kratzbaum abgeben. Ah, f*** dich doch! F***. Das war jetzt gef***t ein bisschen. Ja, egal. Ich habe nämlich jetzt F geschrieben. Ich wollte nämlich meinen Smite einsetzen. Ich habe nämlich meine... Äh, Maus. Auf der Seite habe ich zwei Tasten und die habe ich... ...einfach auf D und F gesetzt. Dass ich meine Summoner Spells... ...mit der Maus mache. Ist viel geiler. Aber da habe ich jetzt gerade gefehlt. Aber da bin ich auch immer noch. Ja, ich habe das. Ich habe mir jetzt... ...hier. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe die Aber ich finde, er ist richtig lustig zum Spielen mit dem ganzen Hin- und Herswitchen, obwohl es ein bisschen dämlich kommt, wenn man da die ganze Zeit herumswitcht. Dann ganken wir halt mal. Hoffentlich sind keine Mushrooms! Nice! Ja, Stand for the win! Machen wir das mal, dass wir alles haben. So, was machen wir als nächstes? Bot gehen, glaube ich. Nice! Aber ich glaube, der ist ziemlich mana-anfällig, wenn man mal kein Blue hat. Aber egal. Ich werde hier jetzt einfach da hinten rumgehen. Ah, da ist Eve. Hätte Master Yi was gemacht, hätte man gekillt auch noch, aber ne. Für was denn? Ist ja unnötig, so ein Kill. Unsere Reise geht weiter. So. Gehen wir mal schnell shoppen. Also gut ist er eigentlich schon gemacht, muss ich zugeben. Sieht schon echt geil aus. So, Schuhe wären noch nicht so schlecht. Und... Puh. Was kommen wir noch? Pum, pum, pum. Gute Frage. Heiltränke. So. Weiter geht's. Auf. Junge. Alter, ich muss mal Bot gehen, das hilft nix. Das ist einfach... Die haben... Spiel da so ohne Leben herum. Aber Nassos wird ziemlich geowned in der... Ach, die werden alle geowned, das kann ja nicht sein. Und gegen Akali ganken ist auch doof. Die geht dann gleich immer in ihren... in ihre komische Void. Ah. Also hat's nicht viel Sinn. Hm, was ist da? Hat der schon Marsch... Ah, der hat schon Shrooms wahrscheinlich. Egal. Entsendet ihre Geiste. Ein Verduneter wurde getötet. Schreckende Harmonie. Das Leben spricht mit unserer Stimme. Die Gegner getötet. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht fliegen oder zaubern. Wenn da... Wenn ich geslowed bin von einem Marschroom... Hat dir keiner gesagt, dass du so diven musst. Ja. Zuerst geh ich back und dann kann ich runter gehen. Ich hol mir schnell noch diese Boots. Die sind zum Denk... Ah, zum Ganken. Richtig geil. So, hätte ich ein bisschen in der Base bleiben sollen. Blue machen wir danach. Jetzt hilfe ich zuerst mal unten. Weil die sind komplett überfordert. Wer ist sie zuerst nicht in der Base? Wer widersetzt sich uns? Hinsen die Geiste. Doppeltöter. Ein Verbündeter wurde getötet. So, dann helfen wir halt da mal. Wann ist der Mana lastig? Sollte vielleicht nicht immer so Mana wasten. Aber egal. Ich denke mir, irgendwie wäre das... Das... Verdammt. Das... Das Tränen-Item. Wie heißt das Ding? Schnell. Hab, Nasus. Was ist denn das Ding? Manamune. Das wäre sicher nicht so schlecht wie ihn. So, jetzt zeug ich mir das. Noch zwei Tränke. Und weiter geht's. Richtig geile Aspekte. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gebe... Ah, verdammt. Die wird ein bisschen... Ich muss mal Red machen. Ein Verbündeter wurde getötet. Was ist denn hier? Ich glaube, ich habe mir Red gestohlen. Ich glaube, ich habe mir Red gestohlen. War irgendwie klar, dass ich das passiert. Klar, dass da alles voll geschubt ist. What the hell? Was der für ein Damage macht, ist nicht mehr normal. Es gibt ja Rune und Ballwerk gibt es jetzt nicht mehr oder? Ich dachte, sie wollen uns rausbatchen. Oder haben sie sich doch umentschieden? Man, was machen die da unten die ganze Zeit? Zerschmettert jede Barriere. Oh, vergiss es. Unsere Geister sind verschmolzen. Alles dann ist awesome. Wer widersetzt sich uns? Kein Problem, ist doch mein Job. Ich habe keine Ahnung, wie ich laufen soll. Wir sind von Macht erfüllt. Ah, f*** dich! Ja klar, wie weit schießt denn der Tower echt jetzt? Das war richtig Fail. Goddammit. Jaaa. Sorry. Was soll ich machen? Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Jaaa. Leug. Damit hat man sich nicht spannend hat. Ja. hmmm Alter dieser Scheiße Hätten wir tausendfach killen können Jetzt hat die Kate Blue Geil Maaan ey Wer widersetzt sich uns? So So Und So Das Das Man Ich hasse die fucking Akali, echt. Es geht mir so oft den Keks. Alter, ich blinke extra und es macht keiner was. Boah, ey. Man, echt. Zum Aufregen sowas. Ich bin schon zweimal umsonst gestorben, echt. Langsam nervt's. Bisschen Speed. Unsere Reise geht weiter. Wir sind von Macht erfüllt. Mann, echt geil. Alle da wieder. Ja, das ist ein komplett behindertes Game, weil die alle zusammenlaufen. War doch klar, oder? Das Leben spricht mit unserer Stimme. Alter. Alle Seiten verteilen. Die Stimme ist auch fast. Das ist nicht. Das ist ganz schön. Einsen. ich bin so jetzt muss ich mir überlegen was ich jetzt mache mal back gehen ein bisschen shoppen und dann was wollen wir dann keine ahnung können wir mal top helfen jetzt werden wir mal lebensraub kaufen jetzt kommt es mir erst alter ich habe ja vor den level nachteil warte ganze zeit nur um ganken jetzt muss ich mal ein bisschen aufholen so so ja macht nix ich bin kommen zwar keine kills aber gut gut so ich hab mir leid das leben spricht mit unserer stimme so so ich bin gut 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 ja also ich bin zwar nicht gut wirklich gut aber fürs erste mal ich bin Es war irgendwie klar, dass ihr abharrt. So. Geh mal ein bisschen aufräumen. Ich habe einen Kill bekommen, dafür bin ich gestorben. Ach das war es nicht so. Das war es nicht wert. Na ja. Blöd gelaufen. Also ich glaube, irgendwie die Ulti ist ziemlich für nichts. Ich muss das schon auf AP spielen. Die Frage ist, kann man Udo AP spielen? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob man denn auch auf AP spielen kann. Weil man, können schon, aber ob es sinnvoll ist, ist die Frage. Schau wie riesig die Krallen jetzt schon geworden sind. Dachte ich schon, ich kriege ihn. Wer widersetzt sich uns? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der ist mir! Schade. Schade. Also Udo ist eigentlich ganz fitzig zum zocken, aber... So gut ist die Runde halt für mich nicht. Grappy! Grab sie! Maaan. Alter, die rushen da durch. Ich schicke Harmonie! Ich schicke Harmonie! Gelschreie! Gelschreie Doppelküter! Mein Wille kann nicht gebrochen werden. passt, jetzt bin ich oben auch genau, richtig das leben spricht mit unserer stimme also es sieht wieder gut aus für uns ich hoffe nur das game dauert nicht schon wieder eine stunde so wie das letzte weil das ist dann schon ziemlich anstrengend noch mal baron ward so btw kann nicht schaden oder aber ich muss unbedingt den lauren aufholen ja klar wie geil nämlich ist schon weg jetzt ist vorbei der war knapp der grip ich bekomme wirklich nur assets komm hau drauf hau ihn lol what the fuck habe ich einen lag worte lol ich glaube das ist ein bug die schießen auch ewig hin weiter what ne ich glaube ich habe den extremsten lag ever echt wie das aussieht ja verbindung äh versuche verbindung wieder herzustellen nice tja ähm hm ah oh jetzt geht's wieder nice ja also das hat nur hat er nicht nur ich ich glaube da hat gerade wer sein kaffee über die läuse aber geschüttet aber das gute ist es ist kein bug das hat aber es hängt noch immer extrem und und what the fuck der zivir zivir mana op äh k 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 Alter, die Lags. Lord, das lag schon wieder extrem. Schön, wie das Standbild verliert. Alter! Geht hin, und er verliert einfach so Leben. Alter! So ein laggy Game habe ich auch noch nie gesehen. Das Leben steckt mit unserer Stimme. Ich kann nichts mal, ich kann nicht mal was drücken. Din, 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 din. Wie ich tot bin. Oh, versuche Verbindungen wieder herzustellen. Alter! Tja! Ist schon aufgeben, ich habe keinen Bock mehr. Wo bin ich? Oh mein Gott, die haben alle so viel Mana. So bin ich jetzt auf einmal wieder hinten. Check's gar nicht. Alter, ist das geil. Die Gestalten. Das ist noch nicht voll. Ui! So kriegen die immer mehr Mana dazu. Von mir darfst du was sagen. Die machen schon wieder Moonwalk. What the hell? Boah ey! Wer widersetzt sich uns? Oh. Aber das ist überhaupt nicht lustig so. Und allein die Mana-Balken geben mir alles. Wenn wir durch die Decke fahren und die macht Moonwalks oder so. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich frage, bin ich eigentlich inzwischen mal gestorben durch den Lack? Ich hab Angst. What the fuck? Ist sie gestorben? Alter, ich kann einfach so nicht spielen, Alter, was soll der Mist? Die bekämpfen sich, obwohl nix da ist. Man, ey. What the fuck? Ich hab mal hier die Dings weg. Boah. Ja, das Schreiben geht ganz normal jetzt. Ich hoffe, jetzt funktioniert's wieder. Das kauft man jetzt dann noch schnelles. Ah, schönes. Sowas. Einfach, weil ich's kann. Ja, wieso nicht? Zerschmettert jede Barriere. Es hängt aber schon wieder, ich merk's ja. Wir sind von Macht erfüllt. Sie ist der Alter. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was ich mach. Dim, 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 dim. Scheiße ist, ich hab ja nicht mal einen hohen Ping. Es ist einfach der Server oder sonst was. Und ich laufe jetzt schon die ganze Zeit so schnell und komisch. Und jetzt laufe ich in Zeitlupe. Woah, okay, da war ein Schrum drin. Ich kann schon wieder nix drücken. Was sollte er, Mist? Was macht er? Sich zu Tode hitten? Mann, ey. Unglaublich. So, ein Let's Play ist auch geil. What, ey, wo bin ich schon wieder? Alter. Ich mach' ein bisschen Moonwalk. Leute, jetzt bin ich da rüber geflogen. Was hör' ein bisschen näher an? Kann ich voll die fette Mucke reinpacken. So spielen die anderen eigentlich normal und ich laufe im Stand irgendwie. Alter! Okay. Feel the vibrations! Der tanzt, glaube ich, zu dubstep oder so. Die, die stehen da, ein bisschen gechillt, die machen da ein bisschen Gruppenkuscheln. Und ich mache, ich gehe voll ab, ey. Einfach, einfach weil ich es kann. Wo bin ich? What the? Ich bin unsichtbar. Ah, jetzt bin ich wieder da. Man! Ich frage mich, ob das ein Bug von Udyr ist, vom Skin oder... Weil irgendwie ringt sich die anderen nicht hier auf. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Leben spricht mit unserer Stimme. Komm, komm! Ah, doch nicht. Jawohl, doch, doch, es geht. Aber es dauert lange. Mana-Balken gehen auch so durch, durch, durch alles. Alter! Unsere Geister sind verschlossert. Noch dazu, dass es ein Ranked ist. GG-Rio-Server. Unsere Reise geht weiter. Unsere Reise geht weiter. Wir laufen am Stand. Denn die Reise geht weiter. Yeah, Baron! Oh mein Gott! Ich glaube, ich glaube, es geht wieder. Ich kann mich bewegen. Okay. Ich habe es verschrieben. Äh. Wir haben Baron eigentlich schon, aber da steht er noch. Okay. Er ist bei Null. Noob, Nasus, Nasus. Ja, ich bekomme sicher einen Report. Ich habe nämlich keine Ahnung, what I am doing. Ich sterbe nämlich jetzt auch. Verliere nämlich Leben und ich weiß nicht wieso. Die machen da eine Buddy. Oh mein Gott! Lauf zurück! Oh mein Gott! Wo laufst du hin? Wo laufst du hin? Lauf zurück! Oh mein Gott! Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe noch nie so ein behindertes, verkacktes Spiel gehabt. Und jetzt bin ich wieder in der Base. Und es geht wieder, glaube ich. Alter, jetzt verlieren wir das! Alter! Boah! Da! Alter! Jetzt haben wir das verschissene Game verloren, weil ich ganz da nix machen konnte. Alter, die haben mich gehackt oder gecheatet. Das kann nicht sein. Boah! Naja. Kann man nix machen. Ich hoffe ihr hattet bei dem Video was zu lachen. Ich hatte es nicht! Zumindest ein bisschen vielleicht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao.